Ich glaube, das passt. Sehr gut. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem 10. Spreizerbau-Familienfest und ganz besonders zu unserem ersten Pool-Grill-Challenge, wo uns ja die Firma EDA, Ziegelfirma aus Oberösterreich, England sind. Besonders freut es mich, dass heute meine Frau wieder unter uns ist. Ja, und die Firma EDA hat uns nominiert. Das hat uns sehr gefreut. Aus einer langjährigen Lieferanten-Kundenbeziehung ist es echt, ich muss sagen, eine herzliche Partnerschaft entstanden. Und heute schießen wir zurück. Eine Kinderbaustelle haben wir, Pool-Feeling, Sandstrand, dann eine Bierbar, dann das Essen, ein Spannferkel ist auch schon gekommen. Und mir ist auch ganz wichtig, wir arbeiten viel. Und wer viel arbeitet, soll ja viel feiern. Und das werden wir heute machen. Und in diesem Sinne Grill and Chill und lassen wir es uns gut gehen. Danke. Vielen Dank. So, und wie haben wir die Ehre aus Wien? Wie haben wir auch wieder drei Firmen nominieren dürfen und zwar die Regeln ganz kurz, wir haben ja auch nur 10 Tage Zeit gehabt, also in einem Fall 10 Tage eine Poolchallenge zu organisieren, wenn sie das nicht schaffen, dann ist das kein Problem, dann ist unsere Belegschaft eingeladen auf einen Jasen und einen Trinker, freuen wir uns ja auch, also, wenn ihr was wollt, aber wer ist das? Wir werden nominieren, als erstes die Firma IMC, Thomas Knapp, Computerfirma aus Ipsitz, als zweites die Firma Bruckner, Installateur aus Burgstall und als drittes die Firma Franz Löcherker aus Gressen, das perfekte Fenster. Alles Gute und freut euch und es ist nicht so schwer. Diese lustige Aktion hat auch ein bisschen an dir von Hintergrund, als Firma soll man da freiwillig spenden und wir haben es entschlossen, einer Privatperson in Weidhofen diese Spende zu geben, die einem eine seltenen Krankheit leidet. Und ich glaube, das ist halt unser Zähnendank entkommen. Bringt die Zähnendung! Auch die Firma Eder! Zum! 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 Zum!